Ich habe ewig nicht Tarek gespielt, aber die zweite Wahl wäre Blitzcrank gewesen. This Great Wood Division. Ja, cool, Bronze zu sein, gell? Die ist in Top-Lane. Gegen Early-Game-Ficker Irelia. Oh lol, ich habe immer noch gemisst. Ich bin zu weit gelaufen. Einfach weiter Q-Skillen und ich glaube, da kommt er. Da war es keine Obvious. Hohoho, get fucking wrecked. Was habt ihr für ein Problem? Geht mal weg. Ja, easy. LOL, die ist deep. Sehr, sehr deep. Aua. Okay, war gut. Ich weiß jetzt nicht, warum Sivir den... Aber guck mal den Trade an, Alter. Mit Tarek ist es ja richtig gut zu traden. Also ist generell gerade Tankmeter, deshalb brauche ich mich da eigentlich gar nicht wundern. Aber trotzdem ist es ein ziemlich geiler Trade gewesen dafür, dass der verhältnismäßig noch schlecht angefangen hat, ne? Wo ist jetzt eigentlich so ein Bild hinzugefügt? Nö. Ist immer noch nicht da. Warum sollte man das denn nicht ausbauen? Das ist übelst geil. Ja, wobei mit den neuen Mastery. Ja, Cooldown Reduction, ne? Sehr schöne, billige Cooldown Reduction. Warum fightet sie eigentlich, wenn ich nicht da bin? Ah, die hat den Dings rausgebatet. Jetzt einmal E, weil wir doch echt aggressiver gehen könnten. Ist hier irgendwo ein Shaco? Oder Shaco oder was auch immer. Irgendein Lappen halt. Ja, also. Hab ihn! Fight! Ah, Shit. Naja, ich hätte zwar vielleicht rausflaschen können. Aber... Report Lee AFK. Open Gate! Open Gate! Open Gate! Nice try! Nice try! Scheiß Nudel-Esser. Okay, das war rassistisch. Ich gebe es zu. Oh, wunderbar. Homeless Motherfuckers are homeless. Aua. Na, scheiße. Ja, ich weiß, das war Killsteal. Aber ich hätte jetzt auch nicht mehr machen können. Also hab ich den lieber mal genommen. Das war fucking easy. Ja, fight mal hier. GGWP. War zwar eigentlich kein GG, aber egal. Man schreibt es ja trotzdem einfach aus der Flex. Dann, äh, hoffe ich mal. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Und... Ja. Tschüss! Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.